Liebe Gemeinde Bogenhofen, liebe Gäste hier vor Ort in diesem Gemeindezentrum und all die lieben Zuschauer und Freunde des Wortes Gottes über den Hope Channel. Ich weiß nicht, ob Sie auch so begeistert davon sind, auf Reisen zu gehen. Vielleicht haben mir das meine Eltern schon ein Stück weit mit in die Wiege gelegt. Ich hatte immer eine große Sehnsucht, in die Ferne zu gehen. An schöne Orte in die Natur, aber auch an Orte, die bekannt sind, die man kennt auf die berühmten Straßen dieser Welt. Und ich werde die Momente nie vergessen, zum ersten Mal die Champs-Élysées nicht nur aus dem Fernsehen kennenzulernen, sondern dort mal entlang zu schlendern, auf dieser berühmten Prachtstraße in Paris. Oder ich denke auch noch an die Momente, wo wir als Familie auf diesem Walk of Fame in Hollywood unterwegs waren und manche Sterne uns angeschaut haben, die dort in diese besondere Straße eingelassen sind. Es gibt auch sehr berühmte Straßen auf dieser Welt, die mit dem Glauben zu tun haben. In etwas jüngeren Jahren hatte ich das Vorrecht, einige Zeit in Indien zu studieren. Und diese Straße, die viele Gläubige dort gehen, hin zu der heiligen Stadt nach Varanasi, um im heiligen Fluss Ganges dort ein besonderes Bad zu nehmen. Oder diese Straße in Jerusalem, die Via Dolorosa, die für uns als Christen auch bekannt ist, der schmerzliche Leidensweg Jesu Christi. Es gibt berühmte Straßen auf diesem Planeten Erde. Und ich möchte heute in diesem Moment der Predigt gemeinsam mit Ihnen, mit Euch über eine ganz besondere Straße nachdenken. Und ich behaupte, es ist eine Straße, auf der wir alle schon gegangen sind und auch gehen. Obwohl wir vielleicht geografisch noch nie auf dieser Straße waren. Es ist die Straße, die nach Jericho führt und auch nach Ai. Und wenn uns Jericho vielleicht noch ein bisschen was sagt aus dem Joshua-Buch und aus der biblischen Geschichte, dann die Stadt Ai vielleicht gar nicht mehr so viel. Aber ich sage es nochmal, ich behaupte, wir alle kennen die Straße nach Jericho und auch die Straße nach Ai. Wir sind auf ihr gegangen und gehen auf ihr. Und ich glaube, wenn wir gemeinsam das Wort Gottes aufschlagen im Buch Joshua, dann haben wir Gewinn davon, über diesen Weg, über diese Straße nachzudenken. Weil es dort ganz praktisch auch um die Frage der Nachfolge geht, des Glaubens geht. Und so möchte ich herzlich einladen, an dieser Stelle eigentlich das Wichtigste zu tun, das Wort Gottes aufzuschlagen. Dieses lebendige Wort, wo er zu uns sprechen möchte. Und zwar das Joshua-Buch, das fünfte Buch, das sechste Buch im Alten Testament, gleich nach den fünf Büchern Mose. Und dort einige Verse mit mir zu lesen. Und ich möchte das tun und möchte diese Predigt heute unter das Thema stellen oder unter den Aufruf, geh auf der Straße des Glaubens. Geh auf der Straße des Glaubens. Und wenn wir so hineingehen in die historische Situation des Buches Joshua, dann stellen wir fest, der große Führer des Volkes Mose war verstorben. Das Volk war schon lange nicht mehr in Ägypten oder in der Wüste. Sie waren eingetreten in das Land Kanaan. Sie hatten den Jordan überschritten und trotzdem mussten sie weiterkämpfen. Es war noch nicht alles vorbei, sondern sie erlebten Glaubenskampf. Und es fasziniert mich, was ich aus diesen Abschnitten hier im Joshua-Buch über diesen Glaubenskampf lerne. Es scheint nicht der Kampf zu sein gegen die Großen und Mächtigen, nicht der Kampf gegen Mauern oder Riesen, sondern es scheint hier um den Kampf des Glaubens zu gehen, der damit zu tun hat, an diesem Gott festzuhalten, auf ihn zu vertrauen und nicht auf mich selbst. Tag für Tag. In Momenten, die schön sind, die mich ermutigen, aber auch in schwierigen Momenten, in Phasen der Entmutigung. Und so glaube ich, wenn wir ein bisschen nachspüren, hier diese Straße nach Jeriche und dann nach Ai, gibt sie uns sehr viel für unser praktisches Leben mit unserem Herrn Jesus Christus. Es ist im Joshua-Buch, das Kapitel 5, das ich mit euch aufschlagen möchte, um hier einige Verse zu lesen. Und bevor wir anfangen zu lesen in Vers 13, möchte ich schon ein erstes formulieren, was für mich wichtig geworden ist unter diesem Thema Geh auf der Straße des Glaubens. Denn wenn wir hier gleich lesen, Joshua 5, Vers 13 folgende, scheint es mir so, dass auf der Straße des Glaubens zu gehen, dass das heißt, Gott zu suchen. Joshua Kapitel 5, Vers 13, wo es heißt. Und es begab sich, als Joshua bei Jericho war, dass er seine Augen aufhob und gewahr wurde, dass ein Mann ihm gegenüberstand und ein bloßes Schwert in seiner Hand hatte. Und Joshua ging zu ihm und sprach zu ihm, gehörst du zu uns oder zu unseren Feinden? Er sprach, nein, sondern ich bin der Fürst über das Herr des Herrn und bin jetzt gekommen. Da fiel Joshua auf sein Angesicht zur Erde nieder, betete an und sprach zu ihm, was sagt mein Herr seinem Knecht? Und der Fürst über das Herr des Herrn sprach zu Joshua, zieh deine Schuhe von deinen Füßen, denn die Stätte, darauf du stehst, ist heilig. Und so tat Joshua. Wenn wir heute hier in einer Moschee wären oder wenn wir in einer Adventgemeinde wären, die sich in Thailand befinden würde, dann würden draußen am Eingangsbereich nicht unsere Regenschirme stehen, sondern unsere Schuhe. Kein gläubiger Adventist betritt in Thailand eine Gemeinde, ohne seine Schuhe auszuziehen. Das gehört dazu, weil man sich in die Gegenwart Gottes begibt. Und so ist es ja auch bei unseren muslimischen Freunden. Es ist ein besonderer Ort und das erlebt Joshua hier. Was mich beeindruckt bei diesem neuen Führer des Volkes Israel, da liegt die große Aufgabe vor ihm. Jericho, dieses Bollwerk, man sieht es deutlich. Vielleicht einer der bestbefestigten Städte damals im Land Kanaan. Eine Stadt, die der Mondgöttin geweiht war. Ein Zentrum des Götzendienstes. Ein furchtbares Hindernis. Mauern, die gewaltig waren. Und vielleicht erinnern wir uns an die Geschichte. Vieles wiederholt sich ja an diesen Moment, wo die Landschaften ausgeschickt wurden vor vielen Jahren, Jahrzehnten. Und sie sahen sich das Land an und sie kamen zurück und sie hatten viel zu berichten. Aber von was sprachen sie auch? Von den Mauern. Und wenn ich mich recht erinnere, benutzen sie die Formulierung, die so hoch waren bis in den Himmel. Scheinbar unüberwältigt. Mauern, die nicht zu überwältigen waren. Riesig. Hatten sie vielleicht auch die Mauern von Jericho gesehen? Waren sie beeindruckt? Sahen sie die Größe des Hindernisses der Mauer und fühlten sich ganz klein wie die Heuschrecken? Und jetzt kommen sie wieder in dieses Land. Sie kommen in dieses Land und wieder steht dieses Bollwerk vor ihnen. Und was macht Joshua? Joshua, dieser Mann, der uns ja auch als Beispiel gegeben worden ist, bevor er anfängt, den ersten Schritt hier zu unternehmen, gegen dieses Bollwerk, gegen diese scheinbar unüberwindbar scheinenden Mauern. Vers 13. Und es begab sich, als Joshua bei Jericho war, dass er seine Augen aufhob, nicht zu den Mauern, nicht zu den Hindernissen, nicht zu den Schwierigkeiten, sondern zu seinem Gott, auf den er vertraute. Auf der Straße des Glaubens gehen heißt, Gott zu suchen, seine Augen aufzuheben, um den zu sehen, der auch die größten Mauern überwinden kann. Joshua tut hier keinen Schritt, ohne sich der Führung Gottes bewusst zu sein, ohne die Motivation zu bekommen, die Veränderung, die nur der erleben kann, der Gott begegnet. Wie leicht verliere ich das aus den Augen. Ihr Kinder, erinnert ihr euch noch an die Geschichte? Wie leicht kann man in Panik verfallen, kann irgendwelche Telefonate führen, organisieren. Aber hat man seine Augen aufgehoben? Vielleicht nur einen ganz kurzen Moment. Das berichtet uns die Bibel hier von Joshua. Und es erinnert mich an den Psalmisten, der da sagt, mit meinem Gott kann ich über Mauern springen. Habt ihr das schon mal erlebt? Wenn nicht, dann ist es ein Angebot von eurem Gott, dass er euch verhelfen will, über die Mauer zu springen, ganz gleich, wie die in deinem, in ihrem Leben aussieht. Das begeistert mich. Und wie sieht dieses über die Mauer springen aus? Ihn zu suchen, wie das Joshua tat, bevor er losmarschierte, bevor er andere Dinge organisierte. Und ich möchte ein Stück weiterlesen in Kapitel 6. Und es ist etwas Besonderes, was hier steht. Wenn wir in Kapitel 6, Vers 1 und 2 lesen, heißt es hier, Jericho aber war verschlossen und verwahrt vor den Israeliten, sodass niemand heraus oder hineinkommen konnte. Aber der Herr sprach zu Joshua, siehe, ich habe Jericho samt seinem König und seinen Kriegsleuten in deine Hand gegeben. Das ist eine ganz wichtige Aussage, glaube ich hier. Um was geht es hier? Joshua war nicht berufen worden, jetzt mal die Ärmel hochzukrempeln und zu gucken, dass er das schaffen kann in seiner menschlichen Begabtheit als Führer vielleicht mit dem Volk zusammen, sondern Gott sagt ihm von Anfang an, schau, Jericho, das ist in meiner Hand. Alles ist in meiner Hand und ich habe es dir gegeben. Der Sieg hing davon ab, dass Joshua mit diesem Gott verbunden war, dass das Volk mit ihm verbunden war. Diese tägliche Verbindung. Und es war entscheidend, dass Joshua vor dem scheinbar eigentlichen Kampf, seinen Kampf des Glaubens kämpfte und aufsah zu Gott, Gott suchte. Und ich glaube, so ist das in unserem Leben bis heute. Das Problem der Versuchung, das an uns herantritt, das lösen wir, glaube ich, nicht in dem Moment der Versuchung. Der Kampf entscheidet sich vorher oder nie. Und ich glaube, es gibt auch so eine Art teuflische Beschäftigungstherapie. Wir leben in einer Zeit, wo wir volle Terminkalender haben, wo wir uns fragen, welche E-Mail können wir beantworten, weil wir gar nicht mehr schaffen, alle zu beantworten. Und es gibt im Neudeutsch so ein kleines Wort, busy. So beschäftigt sein, beschäftigt zu werden. Und ich las, wenn man dieses Wort, also busy, B-U-S-I, das könnte man auch so interpretieren. Being under Satan's Yoke. Busy zu sein, beschäftigt zu sein, unter dem Joch Satans zu sein, der einem gerade diese Momente rauben will. Und hier lerne ich von Joshua. Auf der Straße des Glaubens zu sein, heißt, Gott zu suchen. Auf der Straße des Glaubens zu sein, heißt aber auch, Gott zu gehorchen. Es ist für mich interessant, der ich eine gewisse militärische Vergangenheit habe, wie der Schlachtplan Gottes hier aussah, um diese besondere Stadt einzunehmen. Das Volk sollte nicht kämpfen, um Jericho einzunehmen, wenn ich das richtig verstehe. Es sollte Gott vertrauen. Und dann würde dieser Gott alles für sie tun. Also hier war Glaube, hier war Vertrauen in diesen Gott immens wichtig. Nicht in sich selbst, sondern in ihn. Und ich glaube, nur dann kann man auch dem gehorchen, was Gott hier als Schlachtplan ausgab. Und ich möchte noch mal in Kapitel 6 ab Vers 3 lesen, was Gott denn hier sagt auf dieser Straße nach Jericho. Joshua 6, Vers 3, wo es heißt, lass alle Kriegsmänner rings um die Stadt herumgehen einmal und tu so sechs Tage lang und lass sieben Priester, sieben Posaunen tragen vor der Lade her und am siebenten Tag zieh siebenmal um die Stadt und lass die Priester die Posaunen blasen. Und wenn man die Posaunen bläst und es lange tönt, so soll das Kriegsvolk ein großes Kriegsgeschrei erheben. Wenn ihr den Schall der Posaune hört, dann wird die Stadtmauer einfallen und das Kriegsvolk soll hinaufsteigen, ein jeder strax vor sich hin. Und noch Vers 10. Joshua aber gebot dem Kriegsvolk und sprach, ihr sollt kein Kriegsgeschrei erheben, noch eure Stimme hören lassen, noch soll ein Wort aus eurem Munde gehen, bis auf den Tag, an dem ich zu euch sage, macht ein Kriegsgeschrei. Dann sollt ihr das Kriegsgeschrei erheben. Es ist schon einige Jahre her, fast schon Jahrzehnte, müsste ich sagen. Einige erwachsene Männer saßen an der Offizierschule in Bremen zusammen an einem großen Sandkasten. Manche von diesen erwachsenen Männern hatten viele Sterne hier auf ihren Schultern. Ich war auch dabei, ich hatte noch keinen Stern, aber ich wollte gern einen haben. Und so spielten wir und lernten wir, wie wir die Kompanien und die Bataillone und die Divisionen aufstellen sollten, eine Reserve bilden sollten, einen Scheinangriff, all diese Dinge. Und ich lese den Schlachtplan Gottes hier, den er Joshua ausgibt und menschlich gesehen müsste ich fast formulieren, das ist ja absurd, oder? Haben wir den Schlachtplan Gottes verstanden? Einmal um die Stadt? Wer schon mal geografisch in diesen Gebieten war, weiß, allein das ist schon herausfordernd, vor allen Dingen für die, die ganz am Ende sind bei so einem großen Volk. Die bekommen die volle Staubwolke ab. Und dann geht das siebenmal am letzten Tag. Wo ist bitteschön der Sinn dahinter? Warum? Was ist das für ein Schlachtplan? Keine Reserve, kein Scheinangriff, sondern ein Schweigemarsch. Und so wird es gewesen sein. Man wird das Schreiten dieser vielen Schritte gehört haben, ab und zu mal den Stoß der Posaune, aber keiner hat ein Wort gesagt. Das ist, glaube ich, gar nicht so leicht, schweigend um diese Stadt. Und ich glaube, Gott hat dem Volk damit eine wichtige Lektion gegeben. Dieses Vertrauen auf ihn wirklich zu lernen durch diesen Akt auch, dass sie gesagt haben, wir vertrauen daraus. Wir glauben, dass wenn wir Gott gehorsam sind, dann kann er es tun. Oder haben Sie vielleicht gedacht, das ist lächerlich hier, was wir tun? Sinnlose Bewegungen? War es nicht auch dieser Gott, der Ihnen gesagt hatte vor dem Auszug, streicht das Blut an die Pfosten der Tür, dann seid ihr sicher? War es nicht dieser Gott, der Ihnen auch gesagt hat, in der Wüste am Freitag sammelt doppelt so viel für den Ruhetag den Sabbat? Ist es dieser Gott, der scheinbar auch uns immer wieder begegnet und uns zuruft? Vertrau mir und mach es deutlich, indem du auf mein Wort hörst, indem du mir gehorchst. Auf der Straße des Glaubens zu gehen, heißt Gott gehorchen. Es heißt zu erleben, dass es nicht durch Heer oder Macht oder Kraft, sondern durch den Geist Gottes geschieht. Und ich glaube, das ist eine ganz neue Lebensphilosophie. Nicht ich muss es in die Hand nehmen, sondern ich darf ihm vertrauen. Ich darf mich ihm ausliefern. Ich darf schweigend um die Stadt herumlaufen, was das auch immer in meinem Leben bedeutet. Und ich stelle mir ganz selbstkritisch die Frage, wo sollte ich weniger reden, weniger organisieren und mehr schweigen und auf Gott vertrauen? Oder ging es hier vielleicht doch um psychologische Kriegsführung? Sollten die Einwohner von Jericho mürbe gemacht werden mit dieser Zeremonie? Oder war es vielleicht die genaue Frequenz des Kriegsgeschreis? Ich las von einem italienischen Sänger Giovanni Martinelli, der die richtige Frequenz raus hatte, um Fensterscheiben zum Zerspringen zu bringen. Ging es darum, hat das Kriegsgeschrei die Mauern zum Einstürzen gebracht? Das Vertrauen, das Vertrauen dieses Volkes ihrem Gott gegenüber brachte die Mauern zum Einstürzen, weil er es getan hat. Und das ist etwas Bewegendes, finde ich. Auf der Straße des Glaubens zu gehen, heißt Gott suchen. Und auf der Straße des Glaubens zu gehen, heißt ihm zu gehorchen. Und hier bin ich lernender, jeden Tag neu. Nicht auf mich mich zu verlassen, sondern mich von ihm abhängig zu machen. Und so glaube ich, haben wir zwei wesentliche Elemente gelernt auf dieser Straße nach Jericho. Gott zu suchen, Gott zu gehorchen. Aber ich möchte auch einen kurzen Blick auf die Straße nach Ai gemeinsam mit euch, mit ihnen richten. Mit Jericho hört nicht alles auf, sondern es fängt eigentlich erst an. Es ist dieser große erste Sieg. Und wie geht es weiter? Manchmal erleben wir das in der Nachfolge, glaube ich, auch. Da gibt es große Siege und dann kommt manchmal so der Alltag wieder. Wie geht es weiter in der Nachfolge als Jüngerin und Jünger Jesu? Nun, nach dem großen Sieg, nach der großen Stadt kommt dieser kleine Ort Ai. Etwa 12.000 Einwohner. Ich vermute, das Volk hatte Selbstbewusstsein getankt. Wer hat das schon mal erlebt, dass die Mauern einstürzen. Und so dachte man vielleicht, naja, diese kleine Stadt, die können wir mit links nehmen. So aus dem Ärmel schütteln. Man schickte zwar noch Kundschaft da aus, keiner wendete mehr den Blick in Richtung Gott. Zumindest sagt uns das der Text nicht. Man kann es vielleicht alleine schaffen. Und man sagt sich, 3000 Krieger sollten ausreichen, um diese kleine Stadt Ai einzunehmen. Und dann lesen wir etwas, das sicherlich bis heute für uns überraschend ist. Und wenn wir in das Kapitel 7 gehen des Joshua-Buches und hier den Vers 5 lesen, um diese Geschichte etwas zusammenzufassen, da heißt es da auf dem Weg nach Ai, was passiert. Joshua 7, Vers 5. Und die Männer von Ai erschlugen von ihnen etwa 36 Mann. Sie hatten sie nämlich vor dem Tor bis zu den Steinbrüchen gejagt und am Abhang erschlagen. Da verzagte das Herz des Volkes und ward zu Wasser. Was geschah hier? Nach dem großen Sieg über Jericho, nach diesem besonderen Wunder, erleben sie eine komplette Niederlage bei einem ganz kleinen Ort, einem verschwindend geringen Gegner. Und sie erleben zum ersten Mal, dass sie auf freiem Feld unterlegen sind. Einige sterben sogar. Das wird sich verbreiten. Was wird geschehen mit dem Plan Landeroberung? Und deshalb, glaube ich, steht hier dieser letzte Satz. Da verzagt das Herz des Volkes und ward zu Wasser. Sie sind in die Flucht geschlagen worden von einem Winzling an Gegner. Was wird sein? Und an dieser Stelle, meine lieben, möchte ich, dass wir unsere Aufmerksamkeit auf Joshua richten. Was tat der geistliche Führer seines Volkes an dieser Stelle? Als er sah, was geschah. Er analysiert die Situation und kommt zu dem Ergebnis, 3000 Krieger waren zu wenig. Wir brauchen mindestens 10.000. Er analysiert die Situation und sagt, unsere Strategie war verkehrt. Wir müssen das ganz anders machen. Nein, das stimmt nicht. Was tut Joshua? Und wenn wir gleich weiterlesen, Joshua Kapitel 7, Vers 6 heißt es hier, Joshua aber zerriss seine Kleider und fiel auf sein Angesicht zur Erde vor der Lade des Herrn bis zum Abend samt den ältesten Israel und sie warfen Staub auf ihr Haupt. Das war die Ausdrucksweise, wie man trauerte, wie man zerknirscht war, wie man spürte, hier ist etwas schief gegangen und die Schuld lag nicht oder das Problem lag nicht in zu wenig Kriegern. Es lag nicht in der falschen Strategie. Ich glaube, Joshua erkennt, woran es liegt und es tut ihm ungeheuer leid und er geht in Sack und Asche mit den anderen Führern dort. Sie hatten auf sich selbst vertraut. Sie waren unabhängig von Gott geworden und in diesem Moment erkenne ich Evangelium, weil ein Joshua, der seinen Herrn liebt, der einen Fehler gemacht hat hier, weiß auch, dass auf der Straße des Glaubens zu gehen heißt, Neuanfang ist möglich. Und das geschieht hier. Er bereut es, er tut Buße und Gott setzt ihn nicht ab, sondern er darf weiterhin Führer bleiben und beim erneuten Versuch in Kapitel 8 heißt es, Vers 1. Und der Herr sprach zu Joshua, fürchte dich nicht und verzage nicht, nimm mit dir das ganze Kriegsvolk und mach dich auf und zieh hinauf. Siehe, ich habe den König von Eis samt seinem Volk in seiner Stadt und seinem Land in deine Hände gegeben. Auf der Straße des Glaubens zu gehen, heißt zu wissen, Neuanfang ist möglich. Wenn ich mit diesem Gott, mit meinem Vater ins Reine komme, wenn ich wirklich bereue und Buße tue und das ausdrücke. Aber dennoch möchte ich hier nicht abschließen. Auf der Straße nach Ei passiert auch noch etwas anderes. Und ich glaube, wir sollten nicht versäumen, nicht nur zu verstehen, auf der Straße des Glaubens zu gehen, heißt Gott suchen, heißt ihm gehorchen, heißt das Neuanfang möglich ist. Auf der Straße des Glaubens gehen heißt auch, Sünde nicht zu dulden. Ja, das Volk hatte Jericho besiegt, aber eigentlich hatte Gott es getan. Und weil er das getan hat, weil er auch wollte, dass sie das nicht vergessen, lesen wir etwas ganz Besonderes in Joshua 6. Da heißt es, und vielleicht können wir hier nochmal zusammen lesen, Joshua 6, Vers 17 und 18. Aber diese Stadt, so sagt Gott hier, diese Stadt und alles, was darin ist, soll dem Bann des Herrn verfallen sein. Vers 18. Allein hütet euch von dem Gebannten und lasst euch nicht gelüsten, etwas von dem Gebannten zu nehmen. Gott sagt, der Sieg geschah durch mich. Und ich möchte, dass euch das klar wird, jetzt und auch in der Zukunft. Deshalb ist das, was in der Stadt ist, Mainz, sozusagen die Erstlingsfrucht des Landes, dem Herrn als Opfer. Das Volk sollte lernen, dass es nicht um Reichtümer ging oder um Machtstreben, sondern um die Verherrlichung Gottes. Und dann war dort in dieser Stadt unter anderem auch Joshua 7, Vers 21. Ein kostbarer babylonischer Mantel. Und allein diese Beschreibung, denke ich, macht deutlich, dass da etwas zu knistern beginnt. Da waren schöne Sachen in dieser Stadt, besondere, anziehende, wertvolle. Und wir lernen Achan kennen. Einer, der auch Teil des Volkes war. Und wir lernen eine sehr tragische Geschichte aus der Bibel kennen. Achan hatte wie Joshua die Erfahrung gemacht, dass Gott den Jordan aufgestaut hatte und sie in das verheißene Land ziehen konnte. Achan hatte wie Joshua die Erfahrung gemacht, dass die Mauern dieser Stadt Jericho niedergefallen waren. Achan hatte wie Joshua erlebt, dass das Volk vor Ei eine dramatische Niederlage erlebt. Joshua versteht, dass das nicht an der Anzahl der Krieger lag, sondern dass das etwas mit ihnen zu tun hatte. Dass es höchste Zeit war, sich selbst zu erforschen. Wo standen sie? Waren sie wirklich mit Gott gegangen? Und es gibt einen Vers hier, den möchte ich auch noch lesen. Es ist ein Vers, der mich tief bewegt. Und es heißt hier in Joshua 7, Vers 12, ich lese nur den zweiten Teil, wo Gott in diese Situation hineinredet und seinem Volk sagt, ich werde hinfort nicht mit euch sein, wenn ihr nicht das Gebannte aus eurer Mitte tilgt. Und ich glaube, das ist ein sehr ernstes Wort. Und hier sehen wir, glaube ich, den großen Unterschied zwischen Joshua und Achan. Obwohl Achan all das erlebte, obwohl er erlebte, dass einige von seinen Brüdern umkamen, dass viele Verwundete da waren, dass die Angst durch das Volk ging, schweigt er. Er, der diesen babylonischen Mantel und die Stange von Gold und das Lot Silber genommen hatte. Er, der im Kleinen nicht treu war und damit letztlich, so meine ich, auch Schuld auf sich und auf das ganze Volk hier genommen hat. Es war eine Zeit, wo die Sache in der Schwebe war nach Ei, wo jeder in seinem Herzen nachforschen sollte. Und hier unterscheidet sich Achan wesentlich von Joshua. Joshua erkannte, er hat den falschen Weg gewählt, er tut Buße und Gott gibt ihm Neuanfang. Achan bleibt still. Achan rebelliert gegen Gott und sein Ende ist ein sehr ernstes. Es sollte uns ermutigen, zu verstehen, dass auf der Straße des Glaubens zu gehen heißt, Gott zu suchen, Gott zu gehorchen, zu wissen, dass mit Gott ein Neuanfang möglich ist. Aber auf der Straße des Glaubens zu gehen heißt auch, Sünde in unserem persönlichen Leben, in unserer Gemeinde, in Gottes Gemeinde nicht zu dulden, sie nicht zu verniedlichen und damit zurückzukommen auf den Text, den wir ganz am Anfang heute gelesen haben. Diese Aussage, die wie so ein Schlusssatz hinter dem Leben Joshua steht und diesem ganzen Buch. Joshua 24, der letzte Satz in Vers 15. Ich aber und mein Haus wollen dem Herrn dienen. Und ich glaube, das haben wir ganz praktisch erlebt, erfahren gehört, auf der Straße nach Jericho und auch auf der Straße nach Ai. Denn diese Straßen sind nicht nur geografisch zu begehen dort in Israel, sondern ich glaube, sie sind die Straßen, die wir Tag für Tag gehen, wo wir Tag für Tag entscheiden können, ob wir mit Gott gehen auf der Straße des Glaubens oder ohne ihn. Ich möchte abschließen und möchte ein ganz persönliches Zeugnis an dieser Stelle geben, wo für mich die Straße nach Jericho begonnen hat. Ich habe schon heute in dieser Predigt angedeutet, nach drei Jahren Militär mit unterschiedlichen Dingen, die ich dort gelernt habe, am Sandkasten und auch sonst, habe ich Jesus Christus in meinem Leben kennengelernt. Ich war auf einer Reise in das wunderschöne Südamerika, wo ich die Menschen erlebt habe, die so herzlich sind, so brennend, lebendig und auch die Gemeinde Jesu dort kennengelernt habe. Und es ist in dieser Zeit gewesen, wo ich meine Entscheidung getroffen habe, ihm nachzufolgen, seiner Gemeinde, Teil seiner Gemeinde zu werden und auch den Ruf verspürt habe, Prediger des Evangeliums zu werden. Und ich war auch voller Begeisterung, so auf einem Hoch sozusagen, als ob die Mauern von Jericho gefallen sind. Und ich kam zurück in das etwas kühlere Europa und ich bin damals vom Flughafen in Amsterdam, nachdem ich meinen Freund nach Hause gebracht habe, direkt auf die Marienhöhe gefahren. Ich wusste, dass man dort Theologie studieren kann. Und ich wusste auch, dass der Leiter des Theologischen Seminars Dr. Hans Heinz war. Ich wusste auch, wo er mit seiner lieben Frau wohnte. Es war schon Abend geworden, als ich an die Tür dieser Familie klopfte und mich einige Momente später vorstellte. Es muss schon etwas seltsam für sie gewesen sein, als ich sagte, ich komme gerade aus Südamerika. Ich bin Offizier von Beruf. Ich habe keinerlei Empfehlungsschreiben. Ich bin auch schon viel zu spät für das theologische Studium, das glaube ich schon fünf Wochen begonnen hatte. Aber ich glaube, mein Platz sollte hier sein und ich möchte gerne hier Theologie zu studieren. Und wenn ich heute darüber nachdenke, hätte ich eigentlich die Antwort erwartet, das freut uns sehr, junger Mann. Nächstes Jahr, Anfang September fängt der nächste Studiengang an. Wir freuen uns sehr. Aber das war nicht die Antwort, die ich bekommen hatte, sondern ich durfte dort bleiben. Ich habe meine erste Nacht dort verbracht und saß am nächsten Morgen im Unterricht. Hatte keine Ahnung von diesen seltsamen Schriftzeichen, die man im griechischen Unterricht schon längst gelernt hatte und versuchte, hinter dem fahrenden Zug hinterher zu laufen. Aber das ist nicht das Entscheidende, was ich an dieser Stelle bezeugen möchte. Ich hatte keine Ahnung, wie es ausgehen würde mit meiner Unterschrift, die ich unter den Zeitvertrag als Offizier gesetzt hatte, mich für 17 Jahre verpflichtet hatte. Ich wusste es nicht. Ich erwartete eine Gerichtsverhandlung. Aber ich wusste, dieser Gott, der die Mauern von Jericho zum Einfallen gebracht hat, der wird mir helfen. Ich wusste nicht wie, aber ich wusste, er wird es tun. Und es ist vieles ganz anders gekommen, wie ich es erwartet habe. Auch die Hilfe Gottes ist ganz anders gekommen. Und ich möchte eine kurze Erfahrung kurz schildern. Damals auf der Marienhöhe gab es etwas, das es auch hier bei uns in Bogenhofen gibt. In Bogenhofen heißt das Arbeitsnachmittag. Und die Schülerinnen und Schüler unter uns wissen, von was ich spreche. Ich weiß momentan noch nicht so sehr, weil ich noch nie aktiv dabei war. Das sollte ich ändern, glaube ich. Auf der Marienhöhe hieß das Pflichtdienst. Und da ich fünf Wochen zu spät war, könnt ihr euch vorstellen, war die beste Aufgabe noch für mich aufgehoben worden. Und meine Aufgabe war, die Straße zu fegen. Vom Speisesaal bis zur Tiefgarage. Dort, wo alle Schülerinnen und Schüler und Lehrer vorbeigingen, dort, wo langsam dann die Blätter runterfielen, wo der Wind immer wieder kam und ich mir manchmal gefragt habe, welchen Sinn macht es hier zu kehren. Aber ich muss gestehen, in meiner Menschlichkeit hatte ich fast Angst, wenn ich mir ein Szenario vorstellte. Ich stellte mir das Szenario manchmal beim Fegen vor, was, wenn mich jetzt einer der Soldaten sehen würde, wo ich als Leutnant des Bataillons verlassen habe. Als stolzer junger Mann mit einem Stern auf der Schulter. Was, wenn die mich sehen würden jetzt hier und mein Dienst ist, die Straße zu kehren. Ich habe höchsten Respekt vor all unseren Student Missionaries, Mitarbeitern, Schülerinnen und Schüler, die hier in unserer Schule die Straße kehren und die Toiletten putzen und vieles tun, was vielleicht nicht so geschätzt wird. Ich muss bekennen, das Straße kehren damals auf der Marienhöhe war eine gute Vorbereitung. Ich hätte mir das Handeln Gottes anders gewünscht, dass manche Mauer eingestürzt wäre und ich die erste griechische Klausur mit einer eins bestanden hätte und nicht durchgefallen wäre. Im Nachhinein sind manche Niederlagen genau die Momente, wo man erleben kann, wie Gott einem hilft, über die Mauer zu springen. Es ist dieser Gott, der uns ermutigt, auf der Straße des Glaubens zu gehen und das heißt, Gott zu suchen. Es heißt, ihm zu gehorchen, selbst wenn ich von meinem Verstand nicht nachvollziehen kann, was er da von mir verlangt oder in welche Situation er mich hineinbringt. Es heißt, immer wieder zu wissen, dass dieser gute himmlische Vater, der ist, mit dem Neuanfang möglich ist. Heute, hier und dort, wo sie uns zuschauen, das ist Evangelium. Es heißt aber auch, mit der Sünde nicht zu spielen und die Sünde in unserem Leben nicht zu dulden. Heute ist auch der Moment, diesem guten Vater das zu bekennen. Er ermutigt uns, geh auf der Straße des Glaubens. Amen.